Wenn jemand sagt, die beharrte Alponose oder die unbeharrte Alponose, hat er auch nicht falsch. Die hat ganz kleine, weisse Haare hier, wo man das hier sieht. Das Kaschen noch einmal lassen. Fein abstrichen. So da. Ihr müsst zuerst, oder? Er braucht den Meilen, die Schnee-Schmelze und die Gewitter, und er zieht es wirklich vom Recht in die Welt über. Enthornet nimmt er das Feinste dran, Zähne. Ich muss noch auf kleine Löwen. Da habe ich mir die Zähne, wo die Mutter rüber aufstehen, aber sie hat die Käsepfe wieder auf. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.